Ok, das nächste ist ein Tanz-Set. Ich sage es jetzt gleich am vornherein an. Es wird für alle einfacher. Es fängt extrem gemütlich an. Oder auch besinnlich, ihr könnt besinnlich tanzen. Ist super schön. Und steigern sich dann doch noch ein bisschen. Geografisch fangen wir an in Liverpool. Gehen auf Schottland. Und enden irgendwo in Nova Scotia. Cape Breton. Wenn man recht ist. Mit dem Fleur de Vendregard in Kanada. Und die Ereignisse. Die Ereignisse. Die Ereignisse. Musik 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 Musik